Was für ein Tor! Was für ein Tor! Was für ein unfassballes Tor! Mir platzt die Hose, ich kenne nicht mehr! Das wird, mal wieder, die geilste dritte Liga aller Zeiten. Wir sind heiß. Wir freuen uns drauf. Und ihr? Seid dabei. Live im Stadion. Oder bei Magenta Sport. Der ARD Sportschau. Und den dritten Programm. Zeigt's uns. 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 Untertitelung des ZDF, 2020